Mein Name ist Friedrich Gauger. Ich mache meine Ausbildung bei Leonhard Weiss als Baugeräteführer. Ich habe mir die Ausbildung ausgesucht, weil ich schon immer gerne daheim mit Bulldog und Maschinen umgefahren bin. Es gibt viele große Maschinen auf der Baustelle, z.B. Raupe, Bagger, Walze, Radlader, auch mit GPS-Steuerung. Die Pflege, Instandhaltung und Wartung der Maschine ist natürlich wichtig, dass die Maschine langlebig ist und weiterhin gut funktioniert und sicher läuft. Mit meinem Polier tausche ich mich aus, welches Anbaugerät ich für den Bagger benötige, ob es ein Löffel ist oder ein Meißel oder ein Anbauverdichter. Mit der Zeit, wenn man die Maschine mehr kennenlernt, kann man der Werkstatt eine kompetente Antwort darauf geben, was kaputt ist und was zu reparieren ist. Wir haben bei Leonhard Weiss einen eigenen Azubifuhrpark mit eigenen Azubimaschinen, um die wir uns kümmern dürfen und warten dürfen und natürlich auch damit fahren. Ich arbeite viel mit Erde, Kies, Schotter z.B. und bringe die Punkte genau dahin, wo sie auch benötigt werden. Und das macht mir auch viel Spaß. Außerdem lerne ich auch Teile vom Maurer, Bettenbauer und Straßenbauer, damit ich mit meinen Kollegen einfach gut zusammenarbeiten kann. Ich habe mich richtig entschieden, dass ich bei Leonhard Weissmann eine Ausbildung mache, weil da bekommt man seine komplette Ausrüstung, kostenlos gestellt, hat immer jemanden, an dem man sich wenden kann, seinen Ausbildungsleiter, seinen Pate, da ist man einfach gut aufgehoben.